Ja, so ist es geil. Gut, geil wird eingestellt. Bei uns gibt es nicht gut, schlecht, bei uns gibt es nur geil und nicht geil. Manche machen es, dass es schleift, mehr machen es, dass es geil ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe gerade gesagt, wir machen das mit LED-Verbinder. VW-Reparatur-Methode, ich habe es gerade schon probiert. Die Zeit hat funktioniert, gut anschnallen, originale Bantel nachher. Wir wickeln das einmal, dass es sauber ausschaut und dann sind wir fertig mit Sitzverkabelung. Do you wanna follow, baby, do you wanna follow, come with me, do you wanna follow, baby, can't you see that, I wanna go and I wanna know, do you wanna follow. Hey, 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 so ist es besser. Nein, eben nicht. Ich habe jetzt ein Brenn-Sattel gerade auf meinen Schoß gelegt. Lass runter. Ja, die letzten Dock sind mehr oder weniger noch geblieben gelaufen. Jetzt schließen wir mal das Thema Fahrwerk ab und machen jetzt die Achsvermessung. Nach der Achsvermessung werden wir mal eine Runde dran Zug- und Druckstufen einstellen. Wir haben ja ein einstellbares KW V3. Ja, also wir stellen die Achse ein. Wie man sieht, Spurensturz vorne und hinten. Wir fangen jetzt mit der Hinterachse an. Wir haben vorher das Auto verschränkt, haben quasi den Test gemacht, den Verkeiltest, den auch der TÜV durchführt. Sobald das durch ist, wird dann das Auto zurückgebaut. Das heißt, am Montag, nächste Woche, werden wir ihn einmal komplett wieder zlegen und auf den Originalstart zurückbringen. Wie sieht es denn mit dem Bremsenproblem aus? Mein Bremsenproblem, wir warten auf die Teile aus England. Die werden natürlich dann nachgedragen. Wir haben jetzt im Moment einmal die Spurplatten drauf, die wir brauchen für die große Bremse. Aber eben mit der Original-Bremsanlage noch. Ja, so ist es geil. Gut, geil und eigentlich ist es. Bei uns gibt es nicht gut, schlecht, bei uns gibt es nur geil und nicht geil. Manche machen es, dass es schleift, wir machen es, dass es geil ist. Weiter, weiter, weiter. Stopp! Ja, aber da passt ja fast der Kopf durch. Da passt ja fast der Kopf durch, Restgewinde. Ja, es muss nicht immer bis zum Anschlag runterdraut sein, so wie auch bei der Hinterachs. Vorne muss man lenken und arbeiten können. Immer noch 11,2. 11,2. Geht schon. Ja, die Ecke ist kein Problem. Oben die Radausschale ist so. So, und so prüft Papa Deckel. Ja, ist alles frei. Genau, rückwärts hochgelauncht. Geht schon. Wie ein Launch-Bär. Perfekt. Es ist überall noch ein paar Partikelbrädenplatz und mehr. An der gefährlichen Kanten an der Karosserie kannst du selber schauen. Wenn du da unten einschaust, dann siehst du, das ist der Übergang vom Seitenteil. Von derer Kanten schleifen die meisten. Ja. Da siehst du auch, da ist alles frei. Egal, wenn man einschlägt. Andere Seiten. Das ist die engste Kante durch die Spurplatten. Passt. Und da ist auch alles frei. Ja, GT Probefahrt. Valdi und ich schwimmen jetzt da Zug- und Druckstufen ab. Damit das Auto, wenn es mal dann wirklich bewegt wird, dann nicht bloß zur Ausstellung fahren. Entsprechend gut fährt. Zug- und Druckstufen. Haben wir jetzt schon einiges an Erfahrung. Wir haben fast jetzt jede Woche in 2018 eigentlich einen KW V3 eingebaut und abgestimmt. Durch das ist dann doch relativ schnell wieder alles eingestellt. Bleiben wir jetzt da mal stehen an der Haltestelle. Wir stellen mal das ein, was wir jetzt gerade auch erfüllt haben. KW V3. Wir haben ja die tiefe Version eingebaut und haben jetzt gerade die Probefahrt hinter uns. Hinten die Zugstufen um zwei härter gemacht. Druckstufen um eins wärter. Vorne haben wir Zug zwei auf hart und Druckstufe zwei weicher. Valdi ist total irritiert vom Adran. Fahrt jetzt mega mäßig gut mit der Rad-Reifen-Kombination natürlich eingestellt. Achsvermessung haben wir hinter uns. Jetzt machen wir die letzten Kleinigkeiten, bevor wir das ganze Auto wieder zerlegen und zurückbauen. Dann machen wir die Schl Diamond Du二. Dann machen wir das wieder um die Schnee-Kombination130�께. Danke. 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 Danke.